Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video, schauen wir gemeinsam was in den Shop einkommt und deswegen gehen wir schon auf den Shop drauf und wir sehen, 10 Sekunden dann ist der Shop da Lass dann an der Stelle auf jeden Fall ganz kurz ein Abo da, jetzt warten wir mal ganz kurz 3, 2, 1 und Oh, 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 Sprungwurf wieder da, Dribbelkünstler-Set Das sind hier die Basketball-Skins, die sind zurück Einmal Sprungwurf, einmal Dreifach-Bedrohung und hier einmal Slam-Dank die Hacke und dazu hier Korbzeit der Gleiter die Sachen waren lange nicht mehr da und zwar jetzt auch schon circa ein halbes Jahr oder so ja, sind auf jeden Fall selten geworden heute nochmal hier zurück, finde ich nice daneben gibt es hier dann nochmal, ich denke mal ein neues Set, Biker-Rucksack, kenne ich nicht schon, ich weiß gar nicht Stuntrad, hier ein Gleiter und Motorrüpel, doch der ist nicht neu den gab es schon mal, ja, auf jeden Fall auch nochmal die Sachen sind hier zurück und zu guter Letzt gibt es hier einmal den Castillo-Skin aus dem Kampf-Riedens-Set und einmal noch Asmendeus auch ebenfalls aus dem Kampf-Riedens-Set mehreren Stilen, einmal Standard und einmal Halstuch passend dazu einmal der Gleiter, Fledermausi und hier Doppelschläger, die passende Hacke So, das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände an der Stelle könnt ihr wieder mal ganz kurz rechts und hier auf der Schütze einen Quälder klicken und hier den Kodator eingeben, würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen und jetzt gehen wir auf jeden Fall direkt zu den täglichen Gegenständen hier geht es vorne einmal den Vultureskin, ja, aus dem Luftschlag-Set ist auch noch relativ neu hat so ein paar blaue Akzente, finde ich mega nice und ansonsten gibt es noch den Fenix-Skin, dieser Fuchs-Skin, ja, so ein Spaß-Skin, wie ich finde und, ja, das sieht auch okay aus Daneben gibt es hier einmal das Emote Extra-Tirrestle Ja, so ein außergewöhnliches Emote und ansonsten gibt es hier immer noch Kaza-Chok Ja, auch das ist nach circa zwei, drei Monaten zurück und dann sehen wir hier Ballkunst Ja, auch hier das passende Basketball-Mode zu diesen Skins hier, aber auch relativ selten und zu guter Letzt gibt es hier Strohling, das Rückenteil, 200 V-Bucks, günstiges Rückenteil auch nochmal hier zurück und das sind auch schon alle Gegenstände aus dem heutigen Shop und das war es dann hier mit dem kurzen Shop-Video